Hallihallo, herzlich willkommen, hier ist Sanfinkoll. Ich darf euch begrüßen zu einem kleinen, aber feinen Unboxing. Das habe ich gestern am 6.11. bekommen. Es handelt sich um Fallout 4. Ich habe es bekommen in einer schönen kleinen Box. Und das packen wir jetzt gemeinsam aus, ganz schnell. Ich weiß, dass hier vorne das Spiel ist, noch original versiegelt. Hier. Fallout 4. So ist es gerade, ne? Ja. Coole Sache. Ich freue mich. Und in der Box ist natürlich noch ein bisschen mehr drin. Einmal das hier. Das sind so Pins, wo man sich anstecken kann ans Cappy oder sonst wo. Oder ja, am Popo. Und es gibt noch was. Die Schachtel ist jetzt leer. Die lege ich auf die Seite schnell. Hier ist noch ein bisschen was drin, das auch noch versiegelt ist. Da brauche ich ein Messer. Da brauche ich ein Messer. Weil ich stelle mich immer ziemlich doof an bei diesen verklebten Dingern da. Aber diesmal nicht. Wow. Ich sehe da schon was Nettes. Na, schau mal. Oh. Schau mal einer an. Hoppela. So. Beine runtergefallen, das Ding. Hätte es vielleicht gleich gekillt. Ey. Guck mal da hoch. Da ist die Kamera. Hier. Ein Wackelkopf. Der Walltech Boy. So sieht das Ding aus. Coole Sache. Nice. Gefällt mir. Das ist also mit dabei. Und da bedanke ich mich natürlich recht herzlich für die schönen Geschenke, die da mit dabei sind. Herzlichen Dank. So meine Freunde, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal bei Twitter vorbeischauen. Da gibt es immer die neuesten Informationen. Oder Facebook. Oder auch bei Twitch mal vorbeischauen. Da gibt es ab und an mal Live-Musik von mir. Und ja. Ab und zu spiele ich auch was. Hin und wieder mal. Tschüss. Bye bye. Winke winke. Bis zum nächsten Mal. Hier war euer Sanfinkoil mit dem Blitz-Unboxing von Fallout 4. Und die Geschenke nochmal recht herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.